Chat, ich bin jetzt hier drin. Chatbox, ich bin jetzt drin. Und was jetzt? Und was jetzt? Und was jetzt? Catalico, viel lieben Dank! Pietro, frag Sido. Was soll ich denn Sido fragen? Rein in die Ops, Black in die Ops. Black in die Ops. Black in die Ops. Chatbox. Zombies. Ist Marcel da? Frag Sido wegen Black in die Ops. Will der Sido mitspielen? Ist der Sido in den Charakter? Jens, gehen wir rein. Ja, ich bin in Black in die Ops. Zombie. Okay, ich habe ein privates Spiel gestartet. Kannst du mich einladen? Ich lade mich ein bei Steam, ja. Ja, mach das. Boah, wie werde ich schnell nüchtern? Wie werde ich schnell nüchtern? Alter, ich trinke viel Wasser, trinke viel Wasser. Bro, lass mal nächstes Jahr... Okay, das ist wirklich ein AAA-Call. Lass mal nächstes Jahr als... Ich gehe als Nebelny und du gehst als Gigi Anderson. Das ist actually gut. Das ist actually gut. Okay, ich bin drin. Jens, ich höre dich ingame. Jens? Warte kurz. Menü. Option. Audio. Deaktiviert. Hörst du mich noch? Hallo? Kannst du mich muten? Äh, ja, warte. Äh, chat, wo muten die Leute bei dem Game? Ah, hier, hier. Okay, ja, ich hab dich. All right, let's go. Achso, ey, okay. Oh, warte, 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 warte. Noch nicht. Chat, ganz kurz. Welche ist... Was ist eine gute Map bei Zombie-Mode? Ich hab echt... Genau, mach du das, mach du das kurz. Dein Chat kennt sich da mehr aus. Chatbox, der König muss nochmal ganz kurz pinkeln. Der ist nicht... Der ist die Alge nicht gewöhnt. Der ist wirklich die Alge nicht gewöhnt. Ich muss halt 4-Read, ich muss so fucking krass pissen von Alkohol. Ist so schlimm. Kevin, wie sieht's bei dir aus mit dem Promille-Pegel? Marcel? Der ist wieder gemutet. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay. Chatbox, ich bin gleich wieder da. Black in the Ops. Black in the Ops. Zombies. Ja, 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 ja. Airfly Films, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine 5 Euro. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, mein Bester. John Tering, vielen lieben Dank für deinen Sub. Ähm. Ich geh kurz aufs Klo. Ich geh kurz aufs Klo. Kurz aufs Klo, Chatbox. Ich gehe nach dem Arm. Ich gehe nach dem Arm. Was sehe ich da? Vielleicht, ich muss ganz auf den Beers und zwei Weizen stehen da. Der Kellner spricht mich an und macht dein Angebot. Es kommt schon aus dem Hahn und nennt sich süßig Brot. oh Memo, wir sind drin Charlie Memo das ist Kalsi Laufen, saufen Morgens, Mittags, Abends Ich will saufen Der Mann muss laufen Morgens, Mittags, Abends Ich will saufen Morgens, Mittags, Abends Ja, FOB muss ich auch jetzt einstellen Ey, no joke Kommen Sie mit Ich will saufen Was ist denn so ein gutes Lichtfeld? Oder macht ihr ihn hier auf Macht in dem Game Sie will saufen Bis die Sonne wieder lacht Mach 100, okay Okay, am Anfang will ich nur Lisen, richtig? Okay, ich muss auch wenigstens noch Chancen Oh, in den 90 Uhr liegt wieder Tommy Mode Oh, das ist ja geil Sie will saufen Morgens, Mittags, Abends Sie will saufen Der Hahn Muss laufen Morgens, Mittags, Abends Der Hahn muss laufen Morgens, Mittags, Abends Ja? Bist du voll, oder was? Ha? Ich bin drin Okay, Digga Dann, let's go Was muss ich machen? Die ersten zwei Runden haben wir schon Ich weiß nicht Oh, ich muss mein FOV machen 100 3 Okay Ich muss das Game ein bisschen lauter machen Marcel? Ich bin wieder drin Okay, nice Oh Oh Oh, was war, was war? Warte, lass mich, lass mich Weiß ich nicht Lass mich ganz kurz meine Maus runterstellen Ähm Macht das bei Steuerung ist das Steuerung Bewegung, Kampf Sicht So Chatbox Diese Musik ist sehr episch Hast du Musik an? Hast du Musik an? Nur noch Knifen? Ne, ich hab irgendeine Musik an Die ist geil Oh, ich hab so Bock auf Zombiestickern No joke Lass mal, aber lass mal richtig try handen, ja? Okay, lass mal richtig try handen Das Ding ist, ich komm Ich komm Äh, Marcel Oh, ich komm nicht aus der Rolle raus Hilfe! Warte, ich muss meine Settings umstellen Was ist mit ihm hier, Junge? Ey, Chef, wir haben sogar noch 1, 2 1, 2 nice Horrors heute Abend geplant Und wir machen heute Abend sogar noch ein Ich bin tot! Marcel, ich bin tot! Du kommst wirklich nicht aus der Rolle Ich komm nicht aus der Rolle Ich bin viel zu besoffen Marcel, ich bin tot! Hahahaha 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 Genau, ja, falsches Spiel Wir sind in Black in Diobs Hahahaha Hahahaha Da keckt weh wieder, ne? Keck weh Keck weh Ich schieß drauf Ey, wir müssen uns unbedingt eine neue Waffe coppen gleich Ja Und Karl ist so stuck in seiner Rolle Achtung Der spielt das nicht What the fuck? Call of Duty, ja? Das Science Mach schonmal den Tweet already an der Action Oh, schön Okay Okay, schön dicker Ey, wir sollten irgendwo freikaufen Warte mal Äh, ich hab 6k Ich hab 6k Ich komm hierher frei Okay Okay, komm hierher, Bro Oh, was sagst du? Ich bin grün Karl? Ja, 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 ja Ich hab diese Waffe hier Keine Ahnung, was das ist Oh, oh, da kommen irgendwelche fliegenden Viecher, Dicker Das ist ein Bosse, das ist ein Bosse Das ist wie die Hunde in VR Dicker, die machen übel Damage Die machen übel Damage Oh, Gott, die Waffe, die ich hier kaufe, das ist geisteskrank scheiße Wo kann ich eine Waffe kaufen? An der Wand Hier, hier ist einer bei mir Mit F Ich hab nur den Revolver Okay, das game nicht mal Ich hab das echt nicht so viel gespielt Oh, maximal am, ähm Aber ich kann mich dran erinnern, dass ich, äh Maximale Munition Äh Ich hab Black Ops 3, Zombie-Mod, Agile Sehr, sehr, sehr krass Marseille, zeig mir mal, wo die Waffe ist Äh Karl, das ist ein Sack Also, schau mal, hier ist noch eine Ich weiß nicht, ob die Hude ist Ekl 262, ist die Gutsche? Oh Oh Na Shotgun Okay Warte mal, ich kann hier ne Bestie werden Was war das nochmal? Achso, da können wir so Dinge aktivieren, so mit Strom, oder? War das das? Ja Kann man überhaupt, kann man überhaupt so ne Map, äh, durchspielen, oder ist das, ähm Ne, ich glaub, es ist unlimited Ich glaub, es ist unlimited Ich glaub, es ist unlimited Ja, 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 also ich weiß, dass wir so Dinge punchen können und so'n Scheiß Ähm, ey, Karl, wollen wir hier aufmachen? Schau mal, komm mal hier zu mir Ja? Ich komme Oh Oh Nee, 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 sterb ich nicht Mir macht's grad bisschen Spaß, wenn ich ehrlich bin Der war meistens, wie lieben Dank für deine zwei Monate Was müssen wir hier machen? Was müssen wir hier machen? Die läuft ohne Kopf rum Boah, das ist aber ne Süße Oh, guck mal, wie die sich hier hinlegt, ne? Marcel ist doch was für dich Wer ist Karl, Digga? Ich mein Jens, Digga, sorry Nein, oh mein Gott, ich hab geblut Hebt mich auf, Jens Hebt dich auf F Herr Lukas ist mit 16 Monate bei Goldberry auf, da sind ich 30 Monate, äh Wenn deine Monate, du, doch mal woher soll ich hast, wenn ich Halt deine Stoffe fresse Schlag dich Mousse und Schokolade, die da Oh, Marvin, oh, Marvin, ich hab deine Mutter gefickt, der hat von Luisa Der Bruder ist doch vergesslich Ich werde schon mal, würdest du nebenbei erwähnen, einfach, wie man so satt vorliest Ja, wie krieg ich ne neue Waffe Du kennst dich aus mit Modern Indie War Digga, nee, ey Achtung, wir sind getrappt Äh, wir sind gefangen, nein Ich kite Habe ich gelernt, hat mein Enkel mir beigebracht Kiten Petron Soll ich Petro anrufen, was soll ich machen? Ne Bruder, aber Luisa verkackt die Hunde nicht Oh Gott Ja, was soll ich denn machen? Ich verstehe gar nix Ich verstehe gar nix Okay, okay, warte, wir müssen mehr aufkaufen, Digga, ich hatte wie 8k oder so Ja Edmonta hat 10 Euro gespinnen und du hast nicht vorgelesen, ja, nach hab ich deine Mutter gefickt Ich bin nie alt Ich weiß nicht, ob die Alge es lustiger macht Kevin, bitte trink mehr Bitte trink mehr Raus nach Drecks Game Ne, 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 das Game ist gut Das Game ist gut, ich ruf die Dorn Könnte mein Sohn Danny Kauf mehr Hä? Danny ist ein süßer Wer ist Danny? Waffen Kids Danny? Wer ist das? Mit einer deiner Freundin? Er hat einen Mann sehr, sehr glücklich Sehr, sehr finanziell abgesichert Und eine schöne Familie hat So mit Freundinnen, Kinder und so Und dann treffen wir uns Sag Monta soll Schott machen Monta, hast du gehört? Sag Monta soll Schott machen Was ist das? Alkohol? Stell dir vor Irgendwann so in 10 Jahren treffen wir uns so mit Ries Karl Danny Jeder bringt so girlfriend und Kinder mit Und wir machen so ein schönes Weihnachten alle Alle zusammen Machen so ein schönes Weihnachtsfest zusammen Das wäre fucking süß Das wäre actually süß Ja, man Alle haben so Kinder Du und Regina Kaugummi ist OP Kaugummi ist OP Hab ich gehört Was ist Kaugummi? Oh, guck mal Ich hab ne Shiva Ich hab ne Shiva Die ist scheiße, Bro Die ist scheiße Das ist die schlechteste Wache im Gameboy Ich hab die mir jetzt gekauft Bro, nur Neifen, ja nur Neifen, oder? Ja Ich mach nen Vlog, Mann Fünfmal auf den Fuß schießen und dann Neifen Ah ja, stimmt Fünfmal auf den Fuß schießen und dann erst Neifen Weil dann kriegen wir mehr Cash Was ist das? Perfekt Das hat ja gut funktionieren Was genau heißt eigentlich You sell it me Hat das irgendeine Bedeutung? Ähm, ich kann hier aufdenken Türkisch? Ich hab's grad der nie gedacht, sorry Oh Ey, warte mal Ähm, Karl Was ist hier die Waffe, die wir koppen sollten? Die hier hinten? Ähm, die Shot Shotgun ist nicht so gut, ne Shotgun ist nicht so gut Shotgun ist nicht so gut Shotgun ist nicht so gut Ne, die ist nicht so gut Ist das ne Shotgun? Das ist ne Shotgun, ja? Ne, die ist schmutz Nur Neifen Viel mehr Punkte Ja anscheinend Eins, zwei, drei, vier, fünf Ich mach die Headshots Oh Ich hab ein tausend schon Trink mehr, Jens, lauter Wollte, dass ich lauter bin Chatbox Bro, es macht ein bisschen fun Diese ganzen Bad Jokes zu bringen Diese ganzen Mom Jokes Das ist man schon bad, ja? Das einzige was ich halt Was ich halt sagen kann Ist Chatbox halt irgendeine Scheiße Jaja, und? Benutzt das blaue Feuer Ey, ey, ey Kritische ist dabei mit drei Euro Kritische, Dicke Yassalam ist ein arabischer Ausruf Und bedeutet Erstaunen Meistens im Sinne von Begeisterung Hast du gehört, Marcel? Hä? Als ob das so ist Also als heißt das so was wie Oha Yassalam Oh, Instakill Neifen Was ist denn das blaue Feuer? Hast du blaues Feuer? Äh, was denn Hast du unten links auch dieses blaue Dings Dieses, äh, blaue Ja, diese blaue Pfote da oder so Blaue Pfote, ja Habe ich ja auch Hä? Aber noch was ist das Sticker? Ich mach mal weiter auf, oder? Ja, ja Guck mal hier, Tür geöffnet Ey, Digi, lass mal wirklich kurz überlegen Wo wir hingehen Lass mal nicht irgendeine Scheiße aufkaufen Ja, ich hab grad Ich hab grad was geöffnet Oh Oh, Instakill ist nicht mehr Ey, ich brauch langsam ne neue Waffe Ab welchem Level kamen die guten? War das Level 5? Die Shiva ist ganz gut Ich hab ganz kurz Warte Die Shiva ist ganz gut Ey, ich hab den Kaugumi geholt Hier sind Kaugumi for free, Bro Verdichter Längere Verletzungszeit Nice Oh, das ist nice Wir haben 200.000 Views Digga, Knossi hat 200.000 Views Wirklich Marcel Ist Memo wieder da? Ich muss mir erstmal ne Kippe machen, Digga Ich muss mir erstmal ne Kippe machen, Digga 200.000 Digga, ruhst du Genomea Vielen lieben Dank Für deinen Twitch Prime Vielen lieben Dank Hä? Ja? Ja? Komm ja Ich hab die Shiva Ich hab die Shiva Hilfe Achtung, ich helf dir Die Shiva ist ganz gut Oh Nuke Good Job Bro Okay Digga Ey, ey Chad, was ist Ziel? Level 20 ist Ziel Level 20 ist unser Ziel, okay? Okay Ich hab jetzt ne Kuda Was ist das? Oh, die ist nice, geil Ey Digga, hier ist ne gute Waffe, Karl Ja? Ich komm Ja, ich glaub schon Okay, Level 20 ist erstmal Ziel Ich hol sie Hier ist noch ein Kaugumi Automat Kuda Was macht denn der Kaugumi Automat? Weiß ich nicht Munition wird aus Vorräten statt aus dem Magazin verbraucht Was heißt vorräten? Hm, da können wir nicht lang Oh Äh Einer sagt die blauen Oder wie Einer sagt die blauen Feuerschalen, ähm Da werden wir zu Krake Äh, warte mal, hier ist die Kiste Hier ist die Kiste Kiste Ja, komm zu mir Komm Ist das was Gutes? Wo? 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 Hier unten, Bro Hier unten Hier, 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 hier Da? Hier, hier, hier Ja Und hier ist die Kiste Ich mach auf Ohhhh Ach so, man konnte jetzt zwei Waffen haben sogar, ne? Ja, ja Ich glaub sogar drei Oh nice Oh nice Ich glaub das ist ganz gut, oder? Bleiben wir hier? Bleiben wir hier? Kostet 900 Oh, hier, 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 pass auf Oh, hier, hier, pass auf Oh, hier, hier, pass auf Oh, hier, hier, pass auf Ich hab hin Oh, die ist nice Die ist sehr nice Dingo Oh, Maschinengewehr Boah, die Dach ist todesnice Nice Sobitte Punkte? Ja Nice Ey, Level 20 ist drin, oder? Safe call easy Ist Level 20 realistisch? Lade nach Achtung Aber Baua Ich dachte schon, du gehörst zu dem Tu mir einen gefallen und halte dich fern von mir Ey, wirklich, ich fühl dieses ärmellose, gar nicht Ich fühl mein Allgestört Oh, ich bin ganz grün Ah, die Die fliegen, kommt wieder, die fliegen, kommt Die fliegen, kommen, die fliegen, kommen Oh nein ja ich bin tot was ist das denn runde 6 wir sind nur bis 100 6 gekommen soll ich sie du anrufen sie du sie du was machen wir falsch perks kaufen alles aufkaufen was meint er sagt man sie so wieder acht ich soll dir sagen du sollst den arschfick song wieder machen ja die wien arschfick song mach arschfick song sagt sagt alles aufkaufen sie sagt alles aufkaufen was genau so ein perks also ich weiß ja man kann sich man kann sich so perks kaufen juggernaut und sowas glaube ich oder es ist das kaugummi ding das kaugummi kannst du vorher auswählen welches cod war das mit der arena war das black ops 4 ich weiß nicht ich weiß nicht also brennt blaues feuer dann wären wir zur krake blaues feuer ich bin ne krake was kann man noch einmal pro runde machen richtig ich glaube das brauchen wir auch um dinge aufzumachen und ich aktiviere das hier ich aktiviere den schock was hast du wo ich habe strom hier aktiviert hier das hier oder nice job was was bringt ja wir müssen das für strom nutzen glaube ich nicht fürs damage machen ja für strom und was macht das jetzt quick revive ach so können wir uns perks kaufen ok das smart damit das macht dann falls wir dann gehen können wir wiederbeleben glaube ich hier wiederbelebung ja ja okay das habe ich jetzt so lange wir das ja ich habe es gemacht aber was genau bedeutet das bedeutet dass ich dich jetzt schneller aufheben kann oder dass ich mich selber aufheben kann oder dass mich schneller aufheben kann aber ich weiß nicht ob das so gut ist ich mache hier auf genau und hier war es auch noch mit ritualen ja das gewinnen aber müssen erst mal level 7 passen oh ne das ist nicht dein ernst bist du tot ja du bist du sagen ich habe gerade 2.500 fucking dollar gewasten achtung 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 ist ja du hast genug der ich habe ich habe ich habe kaum geld ich brauche ich brauche ich habe genug geld aber ich brauche eine gute waffe ja lasst mir die waffe geben dahinten dicker wir haben noch zwei drei level nein kostenlos 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 graziöse waffen dass wir sie waffen automatische aktivierung beim wiedereinstieg wiederbelebung mit ihrer eigenen schusswasser waffe drei headshots gerade verdichter was ist das aktiv länger verletzungszeit bedeutet dass ich einfach mehr aushalten oder ich wollte waffe hat sie aufkommen bei uns ja ich glaube die auch die gar nicht nur die schieber auf ja ich auch schieber ist ganz gut ich habe herrscht bringen mehr cashstock ja mach ich schreib wir gleich mich mit vielen erst weil ich will baby aber jetzt will ich will tj was heißt es für musik gar keine aus dem augen von juni und japan der finsch asozial fick ich meinen kopf wenn du liegst dass du länger leben bist du nicht so schnell verblut ist wir können okay wo wollen wir da aufmachen okay ich hätte auch aufmachen können okay hier warte ich werde zu kraken ich werde zu kraken ich gucke wo man strom machen kann ja ich glaube nicht hier die kiste ist wieder hier bro ja immer hier ist so blumen wir müssen unbedingt eine bessere waffen bekommen bis gleich sonst sind wir gefickt weil wir vielleicht hier aufmachen schon mal ja warte warte kurz ich bin bei der kiste ich bin auf die kacke und hier war dann kommt ich auch mal zur kiste kiste könnte auch nicht dumm sein da könnt ihr halt auch eine geile waffe drin sein gibt es hier in dem game auch die diese laser gun weil die ist ja immer ganz nice oder ach so du meinst diese reagan ja was hier hier ist eine kettenfalle ich kann runden tot ich habe dir wieder keck w das meins brecki oh das ist der auto auto shotgun ich brauche nicht mehr money also auch hier ja was ich hier ist was hallo 4 kettenfalle ja nicht aktivieren die ist glaube ich nur einmalig oh nice oh die shotgun ist gut meine waffe ist trash ist team nämlich in so einem game an hinter dir habe ich meine ist richtig gut ok ok ich mach dich jetzt auch ich mach dich mal ja ich hab dich schon aufgemacht ja auch gut mach du Sniper ah die Sniper ist trash oder ich mach auch auf ich mach auch auf ist Sniper gut oh wieder die Weevil nice die ist geil oh aufpassen jetzt kommen wieder die Dinger hier sterben wir oh doch ja du musst laufen du musst laufen ich laufe okay das geht gut ich glaube wir schaffen es diesmal ja magst du meine Munition wir haben es geschafft oder ich glaube ja oh mein Gott wir schaffen es wir schaffen es wir haben es nicht geschoben let's go oh mein Gott good fucking dog bro ich höre mir noch ganz kurz eine andere Waffe ja mach das außer die Sniper ist schlecht die Sniper ist schlecht obwohl ich glaube ich sollte meine Waffe vielleicht behalten in Doktors Mortys Fabrik ich würde dir sagen es ist smart hier noch mal eine Sniper oder sollten wir lieber was freischalten ich habe noch mal eine Sniper ich habe noch mal eine Waffe ich habe Raketenwehrfahrung wir sollen lieber aufkaufen ich habe Schreiner ein bisschen mehr Mütze Schreiner ist auch dass alles wieder geheilt wird diese ganzen repariert wird lassen wir hier im Wasser bleiben ich glaube gerade das ist ganz nice ja schön dicker hinter uns schön ich will trotzdem eine andere Waffe aufkaufen und dann müssen wir langsam schon diese Perkschaften machen ich finde es gibt einfach viel zu wenig von diesem Koop man muss irgendwas überleben man muss mit seinen Freunden zusammenspielen das fehlt einfach ich mache Nuke Nuke schön 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 Hallo und ich habe gestern nach einem guten Koop Hori-Game gesucht dicker das gibt so wenig das ist das allerkei hast du wirklich kaum was es gibt kaum was geileres als mit den Homies irgendwas zusammenzuspielen gegen den Computer das liebe ich einfach ja theoretisch Borderlands aber das hält zu viel Story naja ja so einfach dieses ey rein oh 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 was das was das was das oder so Boss 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 ich mache Breki drauf komm hier runter komm hier runter komm hier runter wir müssen die keinen müssen die keinen ist tot ich kann ihn nicht feiten ich muss weglaufen Achtung Oh, er kommt, er kommt, er kommt ich muss ins Gesicht schießen jetzt auch schon fliegen das habe ich weggemacht ich bin tot ich bin tot okay Achtung Scheiße was ist das denn für ein Boss Jaggernaut Kauf Räume okay, 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 okay warte, warte oh Gott, ich habe gleich keine Muni mehr damit ich habe keine Muni mehr ich bin gefickt ich bin gefickt ich bin gefickt ich gehe mal in die Slots ich habe ihn später ich habe den Boss ich habe den Boss hast du den Boss es kommen noch mehr Zombies Achtung ich versuche zu dir zu krabbeln oh nee, oh, das ist impossible Double Points ich habe keine Muni mehr vielleicht schaffe ich es vielleicht schaffe ich es ich glaube ich schaffe es oh ja, ich schaffe es oh mein Gott, ich schaffe es ich habe noch ein bisschen königliches Essen na, oh gut, oh gut nein, oh Gott, ich habe nicht daran schauen ich muss eine neue Waffe ich muss eine neue Waffe oh, ich schaue das nicht, Chad für euch, Jungs man kann es leiden oh, lol, true, danke ja, jetzt komm her ich soll gut oh Gott, ich werde sterben oh Gott, nein, nein ey, es ist nicht smart, eine Waffe aus der Kiste zu nehmen und eine vielleicht von der Wand, dass man so unlimited money hat weil, dann kann man ja mal easy nachkaufen da kann man ja mal easy nachkaufen ich glaube, das ist gar nicht so dumm ist echt schwingt kommt immer drauf an ja, 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 jetzt aber äh, ich glaube ich jetzt vielleicht nicht ich kann ja ich kann man irgendwo sehen, ob es das letzte ist oh, geil, mehr Munition oh, dicker Craig weil nicht war das nicht immer so, dass der letzte irgendwie so angeschrieben kam oder so irgendwas war doch da ich meine, dass man es irgendwie erkennt Bro, Karl, es war ein absoluter Fehler, Alkohol zu trinken, Dicker ich bin unnormal, unnormal betrunken ich habe erst eine Mische getrunken ne, ganz so wie viel äh, also es war so so ein normales Ikea-Glas weißt du, kennst du diese 04er 0,4er, hast du schon getrunken? 0,4er Mische aber es war so Nojo zur Hälfte gefüllt mit Wodka okay, dann sind wir ungefähr auf derselben Stufe gerade weißt du, was ich meine also, dann sind wir gerade auf derselben Stufe ich habe eine Frage ich habe eine Frage kennt es jemand, dass wenn man Alkohol getrunken hat, dass seine Augen so trocken werden? meine Augen werden so trocken und so angeschwollen irgendwie Bro, 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 Boss, komm hier rein, komm hier rein ja, ja, ich komme, ich komme, ich komme was sagst du denn? ich habe hier oben irgendwas aufgekauft, Dicker wir müssen uns covern, wir müssen irgendwo unterstellen warte ich muss einfach einmal auf die schießen sie kommen wie die Weiber, ne? ja, ja, ist so wie die Weiber, wenn ich mal wieder ein Schwanzbild auf meine Tour da gepostet habe oh, maximale Munition Karl, weißt du, was ich ein bisschen schade finde? ja dass wir uns kein Schwanzbild schicken auf WhatsApp gegenseitig so soll ich dir eins gleich schicken? oder dass wir so mal, warum kommt es nie vor, dass wir so nackt facetimen? ich weiß, das können wir machen Marcel, das können wir gerne machen ich bin ein bisschen nackt danny, beziehungsweise Sido in meinem Chat, ja die ganze Zeit will er Omega Lull schreiben und drückt dann einmal bei Omega Tab und markiert dann einen so einen User bei mir im Chat, der Omega Fleek heißt ja, ich kenne den, passiert mir auch immer Bro, es gibt da eine Einstellung, dass die Mots bevorzugt werden, Jungs stell die doch einfach ein gibt's das wirklich? ich bin nie wieder ja und jetzt immer, wenn ich versuche, Kick wehzutaben Jo, Nikolas, vielen lieben Dank für dein Giftwitz ab Jungs, Karl ist so stuck in der Rolle, ich schlöse Schreiner Haben auch welche von oben, Dicker? Ah, ganz wenig nur Achtung Ich bin tot Ich hab keinen Quick Revive, warte kurz Hinter dir, hinter dir, hinter dir Schön Hinter dir noch weiter, hinter dir noch weiter Ah, schlöse, ich hab mich schauen Karl, bitte nicht, oh mein Gott, da können wir richtig viele Jetzt hieb mich auf, hieb mich auf, schnell, schnell, schnell Jetzt ist die Zeit Punkt Mach, ich mache, ich mache Schön Oh mein Gott, King, safe Ich glaub, das ist der Letzte Okay, wollen wir, nein Okay, ganz schnell Chad, wo ist Jugger? Wo ist Jugger? Warte, 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 warte Nein, nicht killen, nicht killen, nicht killen Ja Wo ist Juggernaut? Wo ist irgendwas? Okay, warte mal Wo ist irgendwas? Warte mal, Red Show, können wir hier rein? Nee Red Show, nein Mit in die Show Divilschützer, offline, das müssen wir anmachen hier In der Mitte, in der Mitte Geht zum Spawn, wir sollen zum Spawn gehen Zum Spawn Okay, warte mal Spawn wir hier in die Richtung, ne? Ein bisschen wack im Orientieren gerade Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Alge, Chad Marcel, bist du dabei? Ich könnte halt da hinten das Warum muss ich da hier noch einen kleinen Drink machen? Wir können uns da hier noch einen kleinen Drink machen Zweiten Raum auf Kisten Jetzt hast du den letzten gekillt Okay, können sich Tommy teleportieren Ich dachte, das war eine Frau Hast du gekillt, hm? Wie schon sagte Ich kündige mich nur um mich selbst Ging nicht beim Spawn so eine Treppe hoch? Ich meine, dass da immer so eine Treppe hoch ging Du bist der Chef Okay, ich habe mal Quick Revive gekauft, Digga Vielleicht kaufst du dir das auch Ach, das hattest du doch schon, oder? Nee, war das letzte, oder? Ist Interkill, ja? Ja Boah, das ist Ultramanny gerade Alter, das ist so big cash Bin ich in der Mitte? Boah, das ist easy putter, Digga Ich habe 10k Wir müssen unbedingt was kaufen, Karl Ja, ich habe 6k Boah, Bro, wir sind so rich, rich Maru Oh, Interkill ist weg Hat nochmal Interkill Nice Wollen wir den letzten am Leben lassen wieder? Also wirklich versuchen diesmal Fuck, ich habe die letzte gekillt Ah, fuck, okay Okay, 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 okay Was müssen wir machen, was müssen wir machen? Wir gehen mal hier rein, wir gehen mal hier rein Wo bist du? Da Ich habe 7.000, ich möchte irgendwas richtig Gutes Aber ich finde keine Perks Warte mal hier war auf jeden Fall irgendwas sinnvolles Ich kann mich erinnern, dass hier irgendwas sinnvolles war Wir müssen die was aktivieren Wir brauchen Strom Wir brauchen die Dings Ja Wir brauchen die magische Alge Wir brauchen den Die Krake Krakefreispiele Wir sind hier geisteskrankstaktiker Weil ich öffne die Tür und ich gehe Ich mache die Krake Ich versteh an Ich werde Phase Oh Mann Ich habe das mißgebäß Scheiße Man kann Ich kann die Klake nicht anmachen Nein, du musst Du musst an den Strom gehen Ach so wir müssten Strom anги anmachen Die ist hier und moderieren Was ist das denn? inquika, bitte Achtung! Achtung! Hä, was? Ja, du sagst es, Digga! Ja, mach ich! Chatbox, was mache ich hier? Haben wir den letzten? Eindeutigen Sieger! Ich glaube, das ist der Letzte! Ich glaube, das ist der Letzte! Ich brauche eine Gun! Chatbox, was mache ich? Chatbox, was mache ich? Sido! Renn bis Kevin kommt! Okay! Es rennt ja! Es rennt! Der Flug schläft! Hä? Hab dich wiederbelebt! Nicht killen! Nicht killen! Nicht killen! Was mache ich jetzt? Halb! Okay! Hab dich! Spiel deine andere Karte, die ist viel zu schwer! Hm! Ich verstehe gar nichts! Äh, Chat! Halloween ist heute? Ja, Halloween ist heute! Zivilschützer offline, was ist das? Ich brauche eine Waffe! Dicker, lass mal jetzt konzentrieren! Ich hab keine Waffe! Boah, die halten so viel aus! Was ist das? Was ist jetzt? Ist das alles günstiger oder so, ne? Ja! Boah, wir müssen hier weg, Dicker! Wir sind richtig gefickt gerade! Ich hab ne HVK! Noch weiter, noch weiter! Hinter uns was? Nein, ich verstehe! Oh mein Gott! Ich bin so lowlife eigentlich! Ich bin so lowlife! Lauf, 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 lauf! ich versuche da kommen so viele ich habe da kommt so schön 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 aber ich hätte können wir sollen beim rennen aus der hüfte schießen meine dinge haben es darf kaufen karte ist das finden wir so überall f zu drücken mein gott war nicht doch nicht wie machen wir die tue noch mal auf so weit ich gehört habe hat er noch geatmet ich schreibe sie nur dreck und alge wir haben auch granaten ok das rennt das rennt das rennt das rennt das rennt das kann man auch noch andere kribbelt marcel nicht noch keine fax jetzt er kommt er kommt sie sind auge macht ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ok boss hat kassiert lauf weiter lauf weiter lauf weiter lauf weiter lauf weiter ich habe keine monika ja ich hoffe ich glaube ich habe ihn abhin 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 scheiße digger scheiß digger fikt mich das ist noch ein boss noch ein boss noch ein boss maximale munition habt die brekkie achtung schön 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 und jetzt was kaufen wir jetzt ich renne das ist die nächste das ist die letzte das die nächste ok wir können uns kurz ein tutorial angucken wie wir die sachen die perks kaufen aber wenn andere mit man die einfacher ist ich glaube es gibt einfacher mit oder wir holen uns jemand dazu der das spiel ich kann wir holen sie dazu und machen eisendrache weil das wünschen sich alle im chat das muss mega geil sein wenn wir schreiben alle einfach nur nebelblick hast du eine wette verloren nein heute ist halloween ist unser halloween kostüm karrt mich letztens angehittet und meinte einfach ob wir ein kostüm zusammen anziehen und dann sind wir darauf gekommen dass wir knossi und montel machen können die du richtig vielen lieben dank dein leid soll auch gut sein ja ist nicht indiziert in deutschland dein leid hast du sie du bei dir marcel das ist die noch da oben rechts neuer plänen kurve wo das was den kaugummi paket ok broski ja ok was ihr wollt wollen sollen wir die map noch mal treiben mit tutorial oder andere map welches davon ist geiler die dann ist da geil dann reden wir mit den idk ok denn ich komme rein bin denn hier aber nicht was war da oben ja ist thomas ja jino jino was geht jino mein bester jungen ich höre ich zehnmal und zehn doppelt bist du auch wieder da fühle ich fühle ich ein silo mein bester bist du auf dem stuhl wieder da was geht was geht was geht was geht was geht wer ist das denn jetzt wer ist das denn jetzt menny mark 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 ojojo mark bist du das ich wollte sagen dass du einen kleinen schwanz hast ja mann du auch perfekt digga hab ich fertig ok äh tini ich lade dich mal ein ja aber first point ist äh wollt ihr die map weiterspielen weil ich hab selber keinen plan also von der map hab ich gar keinen plan wir können eine custom zombie bet also es gibt custom zombies also es sind halt so self made zombie maps und wir können halt nachgucken welche jetzt gerade vom ranking am beliebtesten ist und die können wir dann downloaden und die dann spielen ne wir können aber einfach so ne richtig gute machen weil die haben gute maps naja hat PO3 gute maps karl klar also ich sag mal ich würde voll gerne eisendrache spielen weil chat meint wir sollen das unbedingt spielen und das ist turbo nice eisendrache muss gut sein ja äh kevin hast du noch BO4 auf deinem pc also hast du es gedownloadet ne ja ne ok ok dann ist es noch petro auch dazu petro ist geil im studio Freunde wir gehen einfach nochmal in shadows of evil ja warte kurz mhm der könig muss nochmal pissen der könig muss aufs klo wenn die karl ist in der rolle zu hat im dicker ich sag's Silo soll ich dich anrufen ja komm bisschen gucken ha bisschen gucken ha bisschen gucken ha immer chatbox ok ok moment sieh du unterhalte 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 den knossi chat ok oh god also das hallo ad knossi ad jens mensch alle am 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 alle am alle am crush amplgiving im Oh Mann, Alter. Keep Pog-Champing him. Yo, 3-decky's off. Kann ich da jetzt join? Er will nicht join. Mein Spiel mag nicht. Du musst du returnen zu das Herrenhaus. Beidreten. Du tritt der Lobby nicht mit. Beidreten. Du tritt der Lobby nicht mit. Habe ich gedrückt? Lightspeed. Du tritt der Lobby nicht möglich. Junge. Ich kann nicht join. Ich kann nicht join. Ich hab noch mal mein Game neu. I restart my game. Hallo? Hallo? Sieh du? Jens? Knossi? Ja? Was warst du heute in den Büchern? Ich hab's probiert. Und? Was kam raus, Dicker? Ähm, nix. Gar nix. Sie haben gar nix geschmissen. Sieh, du sollst euch noch ne Alge einschenken? So ehrlich. Ja, aber übertreib aber nicht. Ich sag ehrlich. Ich sag ehrlich. Aber nicht übertreiben. Noch ne Alge, Chad? Ne Alge für den König? Noch ne Alge für den König? Noch ne Alge? Naja, ihr wollt, dass der König noch ne Alge reinmacht. Ihr wollt, dass der König noch ein bisschen Alge trinkt. Sieh du, hast du schon probiert? Alge, Blut, Orange? Nein. Die neueste. Nein. Die neueste. Kenn ich nicht. Ausrufezeichen Alge in Chat. In die Chatbox. Oh Gott, ich kann wirklich nicht so viel Alge trinken. Ja, ich sag dir auch ehrlich. Übertreib's nicht. Alright. Ähm. Kann ich irgendwie. Oh Gott, diese. Junge, diese fucking Schlagermusik ist so anstrengend. No joke. No joke. Die ist so schlimm. Die ist so schlimm. Option, Audio. Musiklautschwerke, so. Film man jetzt die Musik rein. Wir gucken heute Abend einen Film. Chat, wir gucken heute Abend einen schönen Film. Richtig gemütlichen Film. Pahal, kannst du den Lobby hosten? Äh, Papalatte muss ich einladen. Ich weiß, ich konnte auch durch die Einladung nicht joinen. Kannst du nicht joinen? Ne, ne, ich kann zwar, da steht's da beitreten, aber wir... Ja, wir müssen warten, bis er sich unmuted. Sir. Wir gucken 20.15 Uhr ein Filmchen. 20.15 Uhr... 20.15 Uhr gehen wir rein in den Film. Chat, habt ihr Bock? Chatbox. Schönen Film. Gucken mit Marcel. Ja. Ja. Welches Film-Genre? Horror. Wir gehen den Horror. In den Horror gehen wir rein. Wo ist denn der Marcel? Was macht der Marcel gerade? Sieh du. Huh? Furzt der wieder. Ja. Okay Männer, ich hab mir ein Tutorial angeguckt. Ich weiß, wo alles ist. Okay. Okay, Kevin, kann Karl die Lobby hosten? Ich kann die nicht joinen. Also lass ich mir nochmal ein. Lass ich nochmal eingeladen. Schau nochmal. Fehler melden. Zutritt zur Lobby nicht möglich. Mehr Eilige. Willst du mal schnell hosten? In der Lobby? Wie? Soll ich eine hosten? Ihr joint mir? Ja, ja. Du kannst mich einladen. Okay, privates Spiel. Hier. Sausche. Knüppel. Hier, Kevin. Ja, was ist los, Bro? Habt ihr einen Glad mal zur Lobby? Weil ich konnte dir nicht joinen. Und Karl, du hast das. Wollt ihr mir mal zu joinen? Mach ich. Ich join. Boah, wisst ihr, was richtig traurig ist? Also wirklich, wirklich sad. Ja. Mein Lieblings Burrito Laden hat heute nicht offen. Und ich kann da nicht bestellen. Belastend. Boah, das ist halt wirklich sad. Das ist scheiße. Ich hatte ein neues Lieblingsessen. Und zwar ein Naked Burrito. Das ist ein Burrito. Also alles, was im Burrito drin ist, aber halt in der Schale ohne den Tortilla außen rum. Oh. Dönerteller. Ohne Wohne Wohne. Ja, es ist wie Dönerteller quasi. Ah, okay, okay. Es ist vom Geschmack her dasselbe wie der Burrito, aber es macht dich nicht so... Wiss ihr... Mofito, Mofito, ne? Du kannst es go machen, by the way. Okay, okay. Ich hasse dieses Foodbaby-Ding. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man so... Boah, Dig, ich habe ja gegessen. So, boah, ich kenne mir das... Ja, ja, wenn man so richtig voll ist. Ja, kenne ich. Bro, ich hasse das so sehr. Ja, ja, ist das Schlimmste. Ach, Mann, du bist du's. Ja, aber Digga, ich hab' dir eine Mutter gefickt. Ja, Kevin, wie sieht es aus mit einer Mische? Boah, nee, Alter. Soll ich noch eine Mische machen? Ich will noch eine Mische machen. Karo sagt mir nicht irgendwie den 360-Gurt oder den fucking Russian-Standard-Wodka. Ihr seid verflucht. Okay, wir sind drin. Danny, äh, Sido. Ja? Was machen wir? Kennst du die Map? Ich kenne die Map tatsächlich nicht. Was? Bei der Map bin ich absolut los. Aber du gibst doch, du gibst immer Tipps. Ja, also ich weiß halt, wie du halt irgendwie anfangen musst. Ja. Aber ja. Aber lass erst mal erste Runde. Jeder soll seine Kids machen. Und, und lass dann, ähm, immer zum Ende... Ey, was ist der Fumigator? Hier ist der Fumigator, Jungs. Der Fumigator. Ich glaube, das ist so, was zusammenzubauen. Ja. Ja, ich muss mal ganz Kontrollseinstellte einstellen. Ist tot? Ja, ja. Ich muss meine Cent und alles ist mal einstellen. Nochmal. Tür direkt aufkaufen. Ja, Tür immer direkt aufkaufen. Ja, ja, ja. Okay, warte mal. Wir müssen gucken, was für Farben das sind. Und dann sehen wir, wo wir hin müssen. Wir müssen rot. Zu rot müssen wir. Da muss rotes Licht sein. Äh, äh, welche Farben? Wo sieht man das? Das sind so Flaschen, hier ist grün, hier hinten, hier hinten. Hier ist man. Das müssen wir aufkaufen hier. Ja, und da ist dann Jagger. Weil Jagger hier ist Jara. Ich mach das nicht. Ich mach das. Okay, okay. Weil Jagger ist sehr, sehr wichtig. Jetzt bist du die Bestie. Hier zieht man sich hoch. Oh, wow. Ich glaube, mit Kaugummi für 0. Warte. Scheiße, wo war das Ding zum Aufmachen? Weiß ich auch nicht. Verdichter. Längere Verletzungszeit ist gut. Wo war das Ding zum... Ah, fuck. Oh, dort war es. Scheiße, ich hab's geblut. Wir können jetzt nicht hoch. Hä? Wir müssen noch überleben. Okay, easy. So trash, holy shit. Oh, Junge, ich hab gefühlt ein FPS gerade. Meine Maus und alles, alles gerade kurz. Chad, wisst ihr, was Karlgasse mir im Discord gesagt hat? Was hab ich gesagt? Nach Berlin oder nach Madeira zu ziehen. Dicker fucking Madeira, bro. Hä, was denn? Das ist meine Zwei-Auswahls-Dinger. Entweder Berlin oder Madeira. Junge, imagine, man zieht nach Madeira, Alter. Hobo lost. Ja, zur Reved. Hm? Okay, du weißt, wie du da oben jetzt Jugger anmachst, ne? Zu Reved, Chatbox. Soll ich da hinziehen? Zieh mal eine Munition! Vielleicht können wir das Blatt doch noch zum Sonderunziehen wenden. Willst du das machen, Danny? Äh, ich weiß nicht, wo ich da hoch muss. Du musst hier und dann musst du da oben... Der Flug schläft noch. Und dann musst du nach rechts, glaube ich. Hier musst du... Pass auf, Danny, schau. Hier, wo ich bin. Du musst von oben bis hier ranlaufen. Da, wo ich jetzt schieße. Okay. Das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Das Flug schläft. Achso, dann kann das nur einer von uns machen. Dann mach ich das gleich. Okay. Hol dich ein Kaugummi auch, ne? Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Ah, das hält nur 20 Minuten, ne? Ich mach natürlich, hol dich die Kaugummi auch. Ich mach schnell, mach schnell. Also, wie pull ich mich hoch, hast du gesagt? Äh, hochpullen und dann? Und dann da rechts. Meinst du da, wo so rot markiert ist? Ja, genau da. Ja, oh, 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 oh. Nice, jetzt können wir uns Jug holen. Schön. Wohin jetzt? Anmutieren? Hier hoch, hier oben ist Jug. Da ist Jug. Hier, genau. 25, 25, das ist übelteuer. Ich ström auch an. Warte, ich hol mich eine mysteriöse Truhe. Für eine Waffe. Wir brauchen noch um den Cash, ne? Habt ihr schon gute Waffen beide? Ja, ja, ich hab ne ganz gute Waffe gerade gezogen. Boah, ich hab nur Scheiße, Alter. Warum ist die Chesska, ne? Ha? Da oben ist die Kiste bei euch, oder? Ja, ja, ich hab hier eine Kiste, ich hab mir da was geholt. Äh, bin ich low, ich dachte, Schreiner bringt Cash. Schreiner hat uns keinen Cash gebracht. Du müsstest gleich kommen, 200er. Ah, ja, 200, okay, nice. Oh, schön, 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 schön. Okay, ich hab 1.500. Geh jetzt einmal Kiste. Dann hol ich gleich Jugger. Okay, mach das. Brauchst du da bekommen? Ich wollte Waffe kriegen. Ich krieg ihn wegen Gläser in Händen. Oh Gott. Da unten. Ich geh mal, ich geh mal wieder Richtung Mitte, weil dann renne ich da rum mit den Zombies. Mach das. Ähm, bleiben wir jetzt hier, Marcel? Level 4. Wir bleiben jetzt hier. Mit 2K, ich mach jetzt mal die Kiste auf, oder? Ich brauche unbedingt eine bessere Waffe. Kommen eigentlich, wenn man zu dritt spielt, gleich viele Mobs oder weniger? Oh, Achte. Ich glaub, ich hab Instacare, ich glaub, es sind sogar lowkey mehr. Also, nur beim Singleplayer kommen gleich viele. Aber ich glaub, ab einem Spieler vermerzt ich es dann auch. Ist ja eine Metal War, kann sein, dass die mega nice ist. Ja, das ist ne gute Waffe. Da ja, Pockers, du. Ich hab 2, 3. Ah, ich hab leider nur eins. Eins. Ey, Juggernaut lässt sich länger überleben, ne? Ja, der lässt uns nie mehr aushalten. Aber, ja. Gewalt mal der Letzte. Okay, ich bin immer noch oben. Ich hab gleich, ich hab gleich genug Cash. Ich renn' unten rum. Was hab ich jetzt? Eins drücken, 10 langsignoriert von Zombies. Oha. Eins in den Shirt. 10 Minuten ignoriert von Zombies? Ja. Aber setzt nur Notfall ein. Am besten. Also, halt, wenn irgendwie einer tot ist, so. Und du halt aufheben willst. So, die Menowar ist Turbos. Okay, ich hab Jugger. Ich hab Jugger, Chat. Der König hat den Jugger. Doppelte Punktzahl. Alge, 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 Scheißflosse, Drecksflosse. Alge, 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 Alge. Oh, Baby. Oh, Baby, es ist Knossi. Äh. Es ist Knossi. Ich hab jetzt Jugger, was jetzt? Jetzt, ähm, Waffe und noch mehr Perks. Was ist der nächste Step? Wir sollten mehr Perks freisch halten. Ich höre nur ne Waffe. Oder sollen wir uns erst alle Jugger holen, bevor wir die nächsten Perks holen? Ja, würde ich auch so sagen, dass uns alle jetzt erst Jugger besuchen haben. Ich bin hier oben. Ich bin angeflebt. Ich bin 100%ig. Oh, die sind stark, die sind stark, die sind stark. Ich hab Kevin, ich hab dein Bash. Ey, ich muss weg, die sind nur am Spawn. Bei mir ist der letzte, bei mir ist der letzte. Ne, da oben ist der letzte, bei Karl. Bei mir, maximale Munition. Das war ja turbo easy. Okay, ich hol mir Jugger. Holy shit. So easy. Ich brauche nur noch... Marcel, du brauchst noch, wie viel brauchst du noch? 70. 70, 70 meine ich brauche ich noch. 70. Ist ein Spin. Ist ein Spin bei Marcel. Das habe ich nicht. Und komm mir bitte nicht so nah. Ich hab dich noch nicht ganz durchschaut. Nuke, nuklear. Okay, Kevin. Nukleäre Bombe. Okay, ich hab Jugger. Zurück zum Spawn. Zurück zum Spawn. Zurück zum Spawn. Weil ich hab nur... Was? Nüsiges Dividuum. Ich bekomme. Kommt ihr zum Spawn, Mann? Ja, ich komme. Bottle Lager bekommen. Lass uns die Runde finishen. Einen übrig lassen und dann aktiviere ich den restlichen Shit, okay? Ja, genau, genau, genau so. Das wollte ich auch gerade sagen. Bring jetzt Vorsicht rein mit dem Zombieshütten. Aber wir sind gerade, glaube ich, gerade alle... Mach langsam. Warte, ich bin mal da. Ich bin da, wo Jugger war. Ich warte, weil bei mir kommen da immer so einzelne Zombies. Oh Gott, hier sind viele? Ich bleib da erstmal. Ich hab sie. Die genau in dem Game ist noch aus der Hütter schießen nicht so genau. Achtung, warte. Ist das der letzte? Also eigentlich hier schon, hier eigentlich schon. Ne, Karl, tötet bei euch alle. Ich lass bei mir den letzten am Leben. Okay, 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 wir töten alle. Tötet bei euch auch noch nicht. Hab den letzten hier in my back. I'm flipping the bags. Flipping the tumble. Habt man ihn getötet? Da ist noch einer bei uns. Dann tötet den bei euch. Ich lass mal ihn, wie gesagt, am Leben. Ne, ne, ne. Achso, du hast einen noch, ja? Ja, ja, ich hab einen, ich hab einen X auf dem Server. Oh, ich hab Insta-Kill aufgenommen. Der letzte bei mir, der letzte bei mir. So, Karl, wir müssen hier aufkaufen. Grün war, glaub ich, Speed-Cola, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, grün war Speed-Cola, das ist schneller. Ähm, wo muss man nochmal hier hoch? Hast du irgendwas von Doppelfeuer oder Double-Tap gesehen, Kevin? Alter, hoch. Okay, ich mach das, ich mach das. Ganz kurz, Benni. Oh, wir müssen hier hoch, ne? Ja. Ja, ich mach das. Kost wieder 2,5. Der Zombie rutscht die ganze Zeit aus wie so ein Idiot. Die Treppe ist hoch auf. Ja. Scheiße, ich weiß nicht, wo der... Ach, hier, okay. Beides aktiviert. Oh mein Gott, ich hab nicht gechokt. Pogchamp. Oh mein Gott. Speed-Cola, 3000. Ich hab nicht gechokt. Oh Gott, let's go. 3000. Ist das von Doppelfeuer-Malsbier gehört in dem Video? Weder? Von Doppelfeuer-Malsbier? Ja, ja, ich weiß noch alles, Denny. Okay, okay, weil dann würde ich das als nächstes Perk machen, weil damit machen wir mehr Damage. Okay. Ich will irgendwo sehen, welche Perks wir gerade aktiv haben. Unten links. Aber ich glaub, du kannst zum Maximal... Ist dieses Plus mit der Waffe... Ist das Sturber los? Ja, 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 der Sturber. Du kannst aber maximal, glaub ich, 4 Perks holen. Ich weiß nicht, wie in VO3 das ist. Okay, ich brauch noch 200. Ich brauch noch 200. Und dann? Dann hab ich Speed-Cola. Kostet 3k, Karl. Kannst nicht rechnen? Ja? Oh Gott, ey. Oh, Achtung, boss, boss, boss. Wo seid ihr Männer? Ey, wir müssen hier raus. Zu eng hier. Ja. Zu eng, Achtung. Zu eng. Wieder der Mutter, Digga. Keiner teilt. Oh Gott. Keiner. Kritische Masse. Gegen die Masse durchsetzen. Kritische, ha? Hast du gehört? Was sagst du dazu? Eins in den Chat. Eins, eins in den Chat. Habe ihn. Habe ihn. Insta Kill. Oh, Junge. Achtung, ich kann mir. Ich kann mir kaufen. Ich kann mir Speed-Cola kaufen. achten ja ein am leben bei mir ich habe 4000 okay ich habe bei mir 4.000 ich habe eine tür gekauft doch genau einer hier dann manchmal weiter ich glaube dass die letzten jetzt nicht okay waterfront station das genug für die für die spiel cola glaube ich ja tippa tippa kauf weil ich würde jetzt eher mehr türen aufkaufen ich bin bei der waterfront station okay ich kann ich kann auch türen aufbauen was muss ich machen er kommt mir kann noch einmal zu mir richtung du siehst mein geist ja ich komme zu dir geht noch einer geht noch rein wo hoch da ja ja da hoch in die worte von station ne 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 da hoch ist ja 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 und kannst du da das aufkaufen f zum öffnen hier rechts oder solch oben direkt rein zugrufen oder zugrufen kellen kannst du hoch zu uns als kenne links links oben kaufen ich kaufe links oben ok ich will gucken was wir da weil wenn dann zugrufen kannst sicherung ich habe die sicherung ich habe die sicherung okay es gibt drei sicherungen ja wenn du wenn du dann drückt wenn ich wenn ich habe und sich die und die sachen die man können wir können einen paketenschild raketenschild machen wir können apotheker diener sein irgendwelche opfer zug ist unnötig der gegenstände zug ist anscheinend unnötig was selbst was der nächste step bei männer muss ich mich kurz hinführen ich bin turbo los ich werde das ja weiter wollte ach so noch die spi cooler kaufen dies da zurück dann links und dann bom okay nix der step ich will so brauchen wir ganz später ganz kurz ganz kurz die sollten die nächsten körper und das ist damit machen wir mehr damit also schießen mit einem schuss doppelte bullets oder sehr gut das sehr gut musik lauter chatbox für die musik lauter ja aber kann auch in dieser dinge hier guck mal die werden von runde und runde immer aufgeblasen ist eine mutter das könnte sein ich weiß nicht wie knussi lacht ich habe die kapsel geerntet freunde und doppelte punkte männer auch immer hinter dir weil ich komme jetzt mittlerweile von überall für dich weiß wagen für mich hin ich bin ich so wie meine grün nuklea nukleare bombe 5k marcel sagt was müssen wir machen marcel was müssen wir machen ich mache das schon mal denn ja ich habe ja 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 warte dann dann lasst mich sammeln dann rennt ihr schon mal dahin was zu machen ist und ich sammeln die letzten wir müssen waren wo geld ist das müsste ich hier sein ja hier 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 sagt ich war sagt dann bei uns haben wir jetzt noch alle cash ich bin bei dir direkt hinter ich habe auch richtig viel cash naja wo muss ich denn ich muss irgendwo gucken oder so ich habe oder bin ich gerade falsch muss ich mich darauf probieren ja schön und jetzt hier zum moulin rouge ich sehe es nicht soll ich den letzten töten marcel letzten töten hallo 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 ja müssen wir das nächste machen nächste welle natürlich jetzt den letzten hallo was ist denn los bro nächste welle jetzt oder was ja ja nächste welle ja alles kill dich wir müssen warten bis wir wieder das ding aktiviert haben im fluch dann kann ich hochgehen und dann aktiviere ich uns was fehlt uns noch double tap ja double tap ich würde mir gern auch gott kommen die wieder boss 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 weil wir hier weil wir hier zum sport einfach es geht die rollen die rollen wir sind oder zu schloss weiß nicht bleib ein bisschen in bewegung männer achte ich muss nachladen ich muss nachladen achte 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 wenn ihr ganz rot seid ganz weit nach hinten gehen und safe wenn du einmal nackst dann kannst du eine amerikanische hast du Jeffrey Kops von oben evtl kommt noch welche ja A Rot ach so nachladen brücke 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 hier schön schön max ammo ich riecht es ich riecht es doch ich weiß nicht mehr wo der perk ist männer ist es der falsche spot ich glaube wir sind ja ja wie komme ich von hunden weil wir sind auch nicht genug werde das ist auch alles weg deswegen möglich die lege wie du zum rennen kannst um dein job zu zählen ok jetzt lass mal ein letzt wieder komme dass wir kurz alles durch ich habe ich bringe richtig viele freude mit schön schön ich bringe die freundin von monte mit von marcel das noch einer jetzt langsam zu lassen dass die alle erst mal ihren catwalk ok da lebt der letzte noch das letzte hinter der ein ja lieber die ist noch mehr das noch mehr noch mehr noch mehr ja erlebt ich habe hier ich habe hier der kerner macht du das noch mal kannst du machen mit dem kaffee an irgendwas hatte man dann mit dem flug weil er macht ihr so und fluchen ich muss ich muss hoch gegen den warten soll ich sagen oh ja ich glaube hier ist ja probiert ist falsch probier das war das hier vorne war es hier die kiste ist es weg ich habe ich glaube hier drin war guck mal hier ist auch natürlich so die du denken das kannst das ist wie an den redinger muss ich steigt man hier oben aber wo gezogen ich mache einfach mal vorher noch oben und rechts wie oben rum eine gestalt bekämpfe ich sehe nicht wo man hoch kann das gibt es doch nicht ob ich mal einfach da oben auf die laterne oder um so eine laterne die leuchte ich das nicht auch mein gott das ist anmacht ich sehe nicht so hoch kann da kann ich hoch ja komm war das das richtige da ich weiß nicht genau weil da gibt es doch woanders flüche weil dann nämlich so einen anderen fluch noch man kann nicht mal nene gibt es nicht gibt es nicht ich glaube in einem fluchwerk ist es wäre doch hier vorne ist noch einer hier vorne sind noch welche ja ja aber du kommst glaube ich nicht bis hierhin du musst hier wo ich bin denn hier da muss hoch hier bei mir und dann über mir über mich da auch in cold rings rein hier hoch ja wo ist die treppe freischaltet hier oben wo sie treten ist dann freischaltet bei der treppe hier über uns aber da jetzt ist auch nicht doch die idiot wie hoch der seite muss von der anderen seite achso ja jetzt schon ist schon weiß die time dicker nähe schossen gehen noch gehen noch gehen noch genau okay wo geht die treppe hoch wo geht die treppe hoch denn die achtung granate granate ok wo geht die treppe hoch denn die der den zombie gekillt hast du beides aktiviert denn ja ja müsste ich dann müsste ich hier vorne hier vorne hier vorne gerade hier vorne da vorne komm ich komme ich renne ich renne ich renne ich renne ich renne wir könnten vielleicht 20 runden schaffen ja warte ich gehe zu danny am besten ich immer gemeint auf dem haufen mach 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 ich schön 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 ja ich wollte mich vor allem wir brauchen mehr steht auch ich hätte keine kiste ich hätte gerne kiste ich habe die erste und dann gehe ich hier rein ich habe da oben strom angemacht von der anderen seite kennen muss andere seite machen aber ich nicht bin ich war nur eine andere seite ok easy ok hast du den automaten ja den automaten habe ich angemacht auch hier steht dann haben wir es ok wohin ja ich komme aber mit dem ich mache ich glaube ich wollte es weg kann sich schocken jungs hier so da hoch und ist recht dabei verbrauch und hier muss irgendwo noch ding sein ja links links an andere ja ja darüber drüben und jetzt und links um es geht nämlich wir machen richtig damage ja ja wir machen und das action progress ok ich wollte bessere waffe bessere wache wo 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 kann ich die vfp das erbte kanone dass sie gut sie gut die die macht halt ich weiß nicht wie es mit dabei ist aber die macht glaube ich wenig wenig damit schon mehr punkte auch schön ich habe 8000 ich habe genug wir müssen zurück auf der brücke waren schild die straße mit einer mutter ja ich habe ein finger auf komikarten los kann ich bloß gerade einfach schießen dort ist ich bloß nicht los wenn ich jetzt wenn ich jetzt schon auf ein schön schildteil die deck werden können von hinten gedeckt werden ich bin tot ich bin tot ich bin tot nein hier waren alle bei mir es waren alle bei mir denn die die wollte alle zum könig ich bin ich bin echt selbst ich komme zu dir braucht hat du hast gut wie trainter hinten danke das soll man das heißt ja gut mit 20 kreis dran die karte gute amount of money vergessen verzeiht oh gott es ist es diese alien runde jetzt kevin baut ich habe speed cola der boss ist bei mir ich habe ein zwei beste ich rede ein bisschen ich renne kevin ich renne mit dir kevin renne 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 einfach rennen ich 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 mache es nicht rein ich mache es nicht rein schön schön gut job instakill ja instakill ich höre mir das vorgeheben einfach rein einfach rein einfach einfach nicht nur rein sondern instakillers hilfe boss ist low oh artikel no joke gut dass wir instakill gerade haben ja sonst wäre echt schwierig gewesen der boss ist bei mir ich habe ich habe ich habe ich denke der boss liegt noch ein bisschen ja ich wollte ich nur noch cola alles ich brauche in der nuke nicht nehmen wir haben wir noch ein level direkt geschafft nein juck ist nicht immer ganz klar ab später mit weniger weniger wir sollen unsere waffen punch ich weiß aber japan schwappen ist auch gut der kaputt ist zweit okay aber jetzt wacht mal es kommt jetzt es leben ich brauche noch juggernaut wovon okay kein juggernaut der willkommen zu jungs soo und dann müsste es hier irgendwo hoch gehen hier hier ist juggernaut bro alright und dann brauche ich noch dieses äh double ding äh double double bullet oh warte mal ich gucke nochmal nach einer neuen waffe leber ich gerade noch ein zombie nö ok oh schmutz what do i do marcel marcel is muted ähm wo ist nochmal zido wo ist die ähm äh hier double double damage double damage ist bei der brücke bei der brücke ich glaube da hinten ja ja kann ich dir auch zeigen wenn du willst karl ich glaube ich weiss wo es ist ja kevin zeig du sie mal ich geh mal schnell speedcola holen ich komm mit dem zombie also den typen hinter mir bitte nicht töten das wär grad wichtig um alles hast du äh hast du speedcola nicht da äh weil ich am anfang für top power direkt gegangen bin karl du bist viel zu weit hier ist es da ist es hier zu mir Alter suchst du speedcola gerade oder suchst du double tap ja komme oh ja perfekt suchst du das oder das ja danke bro ich such das hier was hier ist cold rings da ok jetzt brauche ich nur noch ne gute waffe jetzt brauche ich nur noch ne gute waffe ich bin oben bei der kiste ich bin grad bei jugger ähm ich will mir auch einmal jugger und danach muss ich gucken äh ich will mir auch einmal kicken vier rituale machen um die um die waffen zu punchen vier rituale ich weiß leider nicht mehr wie die rituale gehen dicker ich weiß dass irgendetwas am spawnen da ah fuck wir gegen die rituale männer ja du bist schon in der nächsten runde da ist ne denn ich ist noch im kiten ich muss selber ich muss selber grad noch kicken oh warte ich kann noch kaum nehmen und geht immer noch ein bisschen an die kiste graziöse waffen graziöse waffen graziöse waffen vielen lieben dank ja vielen lieben dank ja hier 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 hoch Das sieht aber gut aus. Hier waren wir noch nicht. Vielleicht ist es hier wirklich ein Ritual. Oh ne. Was ist denn ein Ritual? Oh, Boss. Das sind so, wie so kleine Events, die man machen muss. Oh, wieder dieses Dreh-Ding. Ja, es kommen Mix-Dinger. Es kommen beides. Ey, Männer, hier kommt ein Zug, guck mal ran. Der Zug ist irgendwann für das E-Sec, das wurde gesagt. Zug brauchen wir nicht, das haben die gesagt. Oh Gott. Zug ist da. Ja, wollen wir ein Zug rein? Die Bahn ausgangsweise mal wieder nicht zu spät, ne? Oh, was ist hier? Bootlegger. Was ist das denn? Ey, ich hoffe, das ist zumal jetzt für den Zug zu gehen. Ja, wenn der Zug auch fahren will, wäre es auch echt sehr, sehr cool. Oh, die ist gut, die ist gut. Jungs, cover mich mal gut. Ich muss das Ziel ändern. Cover mich, cover mich, cover mich. Karl, lass mal Kämpfer's covern. Ja. Okay, okay, bin wieder da, bin wieder da, ich muss das Spiel gerade runternehmen. Wurde von ist ein kleiner Hurensohn. Oh, toll auf das H-Wort. Ähm, wollen wir Brutlight, wollen wir Kenne, wollen wir Kanat oder wollen wir... Okay, hey, Männer, hört mal ganz kurz, am Spawn ist in so einem Karton vom Auto ein Artefakt oder so. Du musst das mit einem Monster zerstören. Maximale Munition. Maximale Munition. Könner, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine 200 Bits. Grüß bei dir, Trooper. Trooper, sei gegrüßt. Felix und vielen Dank für deine drei Monate. Vielen lieben Dank. Wenn du in so eine Beste gehst, würde dann so peitschen, als halt mal peitschen angefasst. Äh, ey, ganz kurz, wie fährt der los? Aber wir können nach Kennels oder nach Footlight fahren? Wir fahren jetzt nach Kennels. Jetzt fahren wir nach Kennels. Nach Kennels. Lohnt sich das? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Mega Waste ist. Ich glaube, das Ultra Waste ist einfach nur ein Quick Travel Pond. Mega Waste ist so wie deine Mutter am Wochenende. Äh. Ha. Sag mal, wie redest du über meine Mutter? Ha? Jetzt, du weißt, deine Mutter ist die Beste. Ja, will ich auch malen. Will ich auch malen, ha? Didi, letztens, was sie gekocht? Erzähl mal. Erzähl mal, was sie gekocht hat. Ist eine Mutter, die nicht kochen kann, actually eine Mutter? Nee, für mich nicht, das Man. Ich sag's, wie's ist. Ja, sagt,ja, ehrlich, Digga. Ich versterben! Ich versterben! Ich versterben! Ich versterben! Ich versterben! F***, nein! Wart, ich bin da! Ich hab' Daniel gemacht? Ich hab' Regstack e Norwegian getozet, gerade. Oh, Güüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüuuiõi uig Der comm 97ni5000- So neLDfe j once bloßt. Weißt du kannst mich schnell auf ihn, den? Wion die 건�ers! ich bin denn wieder ich bin schon wieder tot ich bin schon wieder tot vielen lieben dank danke mir besser vier monate siege oder shisha habib keine ahnung ich wurde von oben unten gesandwich siege nein 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 okay kann das mal irgendwann heilen ich bin tot sorry ich mache mein bestes spiel das erste mal es ist mal die beste zu nehmen weil sie nicht bestimmt cash egal ich bin so stark hier kann ich als die beste sterben du bist wieder zurück teleportiert du kannst dich schocken die gehen dann alle so einen punkt dann kannst du die easy killen tower hält mein bester fiel lieben den twitch primes ab vielen lieben dank wenn ihr noch einen twitch primes ab übrig habt jetzt der zeitpunkt ihr bestimmt noch einen übrig habt ihr noch einen übrig für den könig die käse ist auf dem auto ja knapp ich sag andere mit ich will eigentlich voll gerne noch mal die maps spiel ist schon geil wenn man weiß was man machen muss wir sollten uns nur kurz angucken wie man kann ja warte kurz könig holt sich kurz noch eine apfelschrale wir sind drei schon hin und karl liebt diese knossi rolle immer noch absolut wurde öffnet die pflanzen am boden am besten nur wenn die glieder sind dann sind die max und super gepanscht solltest du dir am besten ein video anschauen weil man da ein wenig mit dem q machen muss da gibt es geheimen die sonne blendet alles fliegt vorbei und die welt hinter mir wird langsam klein und auch die welt vor mir ist für mich gemacht ich weiß sie wartet und ich hol sie ab ich hab den tag auf meiner seite ich hab rückenwind ein frauenchor am straßenrand der für mich singt ich lehne mich zurück und guck ins tiefe blau schließ die augen und lauf einfach geradeaus und am ende der straße steht ein haus am see orangen baumblätter liegen auf dem weg ich hab 20 kinder meine frau ist schön alle kommen vorbei ich brauch nie raus zu gehen ein traum gesehen das haus am see ich suche neues land mit unbekannten straßen fremde gesichter und keiner kennt meinen namen alles gewinnen beim spiel mit gezinkten karten alles verlieren gott hat einen harten linken haken ich grabe schätze aus dem schnee und sand und frauen rauben mir jeden verstand doch irgendwann werde ich vom glück verfolgt und komm zurück mit beiden taschen voll gold ich lade die alten vögel und verwandten ein und alle fangen vor freude an zu weinen wir grillen die mamas kochen und wir saufen schnapps und feiern eine woche jede nacht und der mond scheint hell und der mond scheint hell auf mein haus am see in die alger in die alger in die alger ich hab 20 kinder meine frau ist schön mhm alle kommen bei ich brauch nie raus zu gehen ähh ähh wenn und am ende der straße steht ein haus und am ende der straße steht ein haus ein haus ich hab nicht die Vielen Dank. 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 Okay, nochmal. Karli Kolumbus, Karli Kolumbus, von dir. Ich komme. Oh, Leute, hier ist noch eine Waffe. Eine KRM, das war diese Shotgun, die ist shit, glaube ich. Ist sie gut? Nee, ich finde sie shit. Bro. Ich brauche eine bessere Waffe. Ach, warte mal. Ach, warte mal, wir brauchen noch ein Stick, wir brauchen noch ein Stick, wir müssen eine Runde finischen. Wir brauchen noch mal... Airfly finish, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Wir können aber auch... Wir können auch noch mal... Wir können aber auch... Vielen lieben Dank für den Gift und Stuff. Wir können aber schon mal... Vielen lieben Dank an die Community für euch, Chatbox. Die Kacke wird nicht gedroppt, die ist stuck da oben. Nein, 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 die wird jetzt gedroppt. Ja, ab, ab, ab. Okay. Ihr Sille-Mill. Oh, die Geister sind da getötet? Ja. Ich habe keine gute Waffe. Okay, ich denke, ich habe viel gemacht. Okay, Männer. Soll ich mir eine Waffe holen? Nein. Nein, 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 nein. Wollen wir uns vor dem Ritual kurz Jugga-Cocken? Ja, ich würde erst Juggern aus meiner Waffe. Als erstes Jugga ist am smartesten, oder? Ja. Kevin, hier in Flutleitung ist Jugga, oder? Da, wo es rot ist, da muss die rote Flasche sein. Ja, hier hinten, genau. DJ, mach die Musik auf. Eigentlich into the beast, no. Okay. Du machst das, ne, Danny? Sieh du? Yes, Sir. Ich höre mir Kaugummi. Kaugummi. Verdichter, gut. Das ist sogar lecker. Jungs, Jugga ist offen? Ja. Ich höre mir Waffe direkt. Gute Waffe. Ah, ist nicht auf. Kiste ist nicht auf. Kiste ist auch nicht da oben. Doch, Kiste ist normalerweise da oben. Ich höre mir Kuda. wieder ein Teil eines unlösbaren Rechtses. Okay, Männer. Wir bleiben hier oben, ne? Beim, äh... Ja, ja, beim Jugga. Oh, nice. Ich will mir auch kurz einen Jugga. Ich kann schon kaufen. Habt ihr euch schon gekauft oder noch nicht? Ne, ne, ne. Ich bin noch broke. Ja, dann warten wir noch bis ihr habt. Ich brauche noch eine neue Waffe. Airfly Films! Vielen lieben Dank nochmal! Für den Gifted Sub! Vielen lieben Dank! Danke, mein Bester! Bro, ich habe letztens mit Caruso gelabert, ne? Und Caruso hat vor einem Jahr angefangen zu rauchen, weil er denkt, dass es cool aussieht. Digger, wer fängt denn mit 26 an zu rauchen? Dom, mit 27? Der ist doch 28, oder? Ne, ne, ist 27. Ne, ich finde es... Also... Ich finde es gut. Einer von uns. Er ist wieder in der Mute. Da kam die Frau rein. Das ist mein Memo. Ooooooi! Insta? Insta Kill? Nice. Soll ich euch die Zombies vielleicht lassen für mehr Cash? Ja. Wie viel hast du? Du hast doch nur 400. Warte, Kevin, kannst du... Kannst du das Ritual nicht auch alleine machen, Kevin? Boah, ich sehe auch so ein übelster Ronny, Alter, mit dem Unterhemd. Fink, du siehst so aus wie immer. Oh, die Cuda war die Waffe nicht ganz cool, oder? Die war in Ordnung, ja, mit Insta Kill ist gut. Lass mir noch ein bisschen, wenn es geht, dann kann ich mir die Cuda kaufen. Spät ihr noch Watch in the Party? Ja, genau. Ah, ja. Wir haben da was. Wir gucken. Karl und ich haben gestern extra für euch einen Film rausgesucht. Ich glaube, der ist auch nicht so bekannt. Der heißt Mida? Mida? Mara. Mara. Hat die Chatbox mir empfohlen, ja. Haben viele reingeschrieben. Ey, ich hoffe, der ist gut, Bro. Lukas hat am 25.9. Geburtstag. Alter, cool. Dig halt deine Fresse. But who ass, Bro? Boah, das ist der selbe Tag, an dem ich trug, dass deine Mutter gefickt hat. Du hast ganz schön viele Mütter gefickt, ne? Ja, irgendwer müsste die ganze Mütter ficken, Digga. Die ficken sich hier nicht von alleine. Mein Vortrag habe ich auf dieses Zeitling geklickt. Auch hässliche Frauen wollen gefickt werden. Und dann kam die Mutter. Ja, die Facebook-Seite kenne ich noch. Die kenne ich noch. TikTok fürs Wichsen habe ich angeklickt. Hör auf zu Wichsen, spiel dieses 3D-Hentai-Game. Und dann kommt deine Mutter. Wie viele? Irgendetwas. Anna 15 würde gern mit dir schlafen. Ja. 4 Kilometer entfernt. Ja, auch die 15-Jährigen, ne? Die brauchen auch mal ein bisschen was. Völler Wusch, mein Lieber! Vielen lieben Dank! Kritisch. Kritisch, aha? Gefällt's dir? Was wir da machen? Die Zombies. Ich bin auch einer. Ich muss, ähm, mir eine Waffe kaufen. Okay, lass mal wieder alle Perks machen. Okay, okay, okay. Alle Perks wieder? Ja. Danny, hast du am Spawn... Ja. Abwohl, nee, lass Ritual kurz machen. Ich hab noch gar nichts gemacht. Hast du am Spawn das Ding eingesammelt? Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Okay, dann gehen wir jetzt ganz zum Spawn da die Treppe hoch. Kommen wir mit. Oh, äh, Bosspfeiler, lass den erst machen. Die sind jetzt die fliegenden Viecher, ne? Ja. Ja. Oh, wie viel Spawn dich auf einmal? Boah, da Spawn richtig viele gerade. Ich hab keine Munition, ne? Maximale Munition, sehr gut. Penner, vielen lieben Dank. Grüß mal die Trekkie, der Trekkie soll gegrüßt. Trekkie! Trekkie, mein Lieber. Du bist immer Nude, ne? Für dich gegrüßt. Instagram. Ja, ja. Kann das gar nicht mehr was? Hä? Komm. Komm, will was? Komm, will was? Komm, ja. Ja. Und jetzt hier hoch wegen den Geistern. Den Geistern. Oh, das ist Ritual, ne? Geisterkilln oder Zeitwasten? Ja, das ist Geisterkilln. Für den Hashtag Heavy Drip. Big Drip. Revenge. Stay high. Boah, schnelles Nachladen wäre schon schön. Nukleare? Nein, es haben es geschafft. Oh, warte ich hier. Krabbelvieh. So, der Wohen ist da, die müssen wir mitnehmen. Perfekt. Geh, gut job, da haben raus hier. Ja, okay. Ja, die machen jetzt die Pros. Die Pros ist so, jeder macht eine eigene Sache. Ja, ja, ja. Das ist nicht gut, alle so aufteilen, so. Aber okay, jetzt war ich das mal einfach wieder am Leben. Ja. Was denn mit ihr? Ah, mein Schatz, was mit ihr? Das ist der letzte. Das ist der letzte. Das ist der letzte. Nicht töten, nicht töten. Nicht töten, Kevin. Der will mich aus dem Weg. Der will mich. Die will mich. Soll sie doch. Ja, man kennt's nicht anders. Ähm. Sorry, Rini. Ich wollte dich so gemein sein. Du bist ein guter Typ. Aber Rini, ich sag dir eine Sache, die ist schlecht an dir. Und zwar, dass so wenig Rins Bastel Egg im Podcast kommt. Gehen wir da rein, Marcel? Gehen wir da rein jetzt? Wir brauchen mehr Ideen von dir. Wir brauchen mehr Ideen von dir. Besser als die Sonne. Belladonna. Belladonna. Oh, Double, Double, äh, Damage ist gut. Das ist gut. Okay, man hat Double Damage aktiviert? F für Teil. Teil aufgenommen. Ich hab ein Teil. Oh, das ist ein Schilteil. Das ist ein Schilteil. Ja. Belladonna. Ah, ich bin müde. Sorry. Wollt ihr jetzt das Malzbier holen? Ja, ich hab das Malzbier. Ja, außer jetzt. Dann bekommt man einen Schwer. Das braucht so später für Schwerter. Okay. Mhm. Gut. Männer zurück zum Spawn. Wir holen uns jetzt das letzte. Äh, Ritual? Ne, äh, nicht Ritual. Wir machen erstmal alle Perks. Ja. Gab's drei oder vier Perks? Ich bin übel lost. Drei, oder? Du musst ihn eigentlich theoretisch nicht killen, sondern wir können einfach alles machen. Ach so. Ah, mhm. Zeug. Wir können einfach alles theoretisch insgesamt in der ersten Runde. In dem Spot kannst du einmal eine Runde Beste werden. Ich hab mega brained grad, my bad. Hier bist du mir hin. Ähm, wir essen dir mit 3K. Ich. Achtung, Boss, 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 Boss. Oh Gott, Loser. Leck, 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 leck. Ich hab nichts da. Schön. Ich bin mir gelockt. Ich bin mir gelockt. Ich bin mir gelockt. Kevin, spart dein Schüsse einzeln. Ich spart dein Schüsse einzeln. Ich sparte an Kyron. Habe eben. Mit dem Guagamole oder wie der weiß. Du hast ihn nicht, der kommt ja noch. Wie jetzt denn? Carl, kannst du dich mit mir kommen? Wir müssen dir helfen. Ja, warte, es ist gerade Insta-Kale. Ja, ja, aber ich muss Kevin reiben. All good, all good. Ich hab drei Schräge aus. Okay, Kevin. Servier. Danke, Bro. Ich hab einen Teil auch gesammelt. Magwarherz. Ja, das ist der letzte. Das ist der letzte. Dann lass den. Dann lass den am Leben. Ich hol den letzten Perk. Aua. Oh nein, ich hab jetzt alle Perks verloren. Oh nein. Kalt mal ganz kurz. Ich hol mir kurz noch mal Jaga neu. Jo. Knack und Airfly Films. Vielen lieben Dank. Oh, warte mal. Ich hieß irgendwas? Vielen lieben Dank nochmal für die Subs. Vielen lieben Dank. Okay, ich komm, ähm. Ähm. Sido, wollen wir zum, äh. zur Speedcooler? Weißt du, wie das geht? Ich würd, ich würd, ähm. Wenn du kotzt mit dem Zombie... Speedcooler. By no joke. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, jetzt wo dieses ganze Corona-Ding ist, dass ich jetzt so richtig in Weihnachtsfeelings komme. Überhaupt nicht, ne. Nö. Also man hat grad so geschrieben, dass er so null Halloween-Feelings hat und da hab ich überlegt so, warum. Das ist halt schon wegen Corona bis hier. Ja, sag ich mal. Ey, ich hab da halt voll den geilen Stuff mit dem Block gepackt. Wir wollten eigentlich in die Häuser ziehen, so. Und müssen die Leute mit Eiern bewerfen, dass wir halt Triple-A-Konto nehmen. Ja, wirklich. Aber... Corona-Signal. Aber ich bin... No joke. Kevin, ich bin kein Halloween-Feeling heute. Bisschen Halloween-Stimmung. Ja, safe. Weil du besochen bist. Ja, du doch auch. Ich bin nicht besochen. Ich trinke nur Puma-Kuja-Saft. Okay, unser nächster Perk ist aktiviert, Männer. Oh, warte, ich hol. Oh. Ja, ja. Boah. Oh, tsch, 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 tsch. Oh, tsch, 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 tsch. Tsch, 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 tsch. Die Mama. Ja, ja. Die sind super. Die richtigen hat. Ich mach die Kiste auf. Bücher, Bücher, Bücher. Drakon. Drakon. Eben, eben. Okay, wo war jetzt Double Tap, Kevin? Kannst du mir nochmal den Weg zeigen zu Double? Aber nicht den Zombie töten. Gleich, ich würde ganz gerne erstmal noch Money farmen. Oder ja, dann holen wir die erste Double Tap. Drakon ist gut. Ich weiß nicht, ob das hier Speed Cola ist, Danny. Oder hast du Speed Cola schon? Speed Cola ist hier oben. Ich hab alles schon. Warte mal, hier... Doch, hier ist Speed Cola. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, ist das hier richtig? Nee, hä? Speed Cola. Haben die Plays gespuppt? Hier war letztens Double Tap. Ja, das swappt immer. Das ist random. Okay, und wo ist jetzt das Ding? Äh, Double Tap? Komm mal, ich komm mal. Ich brauch unbedingt Double Tap und dann muss ich einmal die erste gehen. Ja, ich zeig dir. Okay, Schiff. Und danach Rituale weiter? Wenn hier grün ist, ist Speed Cola, gelb ist Double Tap und rot ist Jugger. Das heißt, du musst da rein, wo gelb ist. Also hier rein. Oh! Oh! Der Zombie ist so dünn, ne? Da hinten durch. Okay, thank you, dude. Ich geh den letzten Zombie, ja? I very do appreciate it. Ich würd gern, noch schnell, wo ist die Kiste? Weil ich muss, aber ich hab gar keine Munition. Ich hab 44 Schuss in meiner Pistole. Okay. Okay. Die Kiste ist im Wasser. Die Kiste ist im Wasser. Da würd ich auch gern hin. Ja, da gehen wir ins Wasser. Da gehen wir ins Wasser. Achtung. Ich beschütze dich. Ich krieg wieder irgendeine Kack-Gübel. Werfzeug, was ich werben kann. Ich bin nicht nur noch nie gemeint. Hammer. Ich bin nicht belockt. Ihr müsst dich gleich aufwecken. Oh nein. Jetzt hast du wieder alle deine Dinger verloren. Ja, ja, aber es ist nicht schlimm. Die Kiste ist hier bei mir. Denny, was will ich machen? Denny, ruhig schon mal. Hey, ich bin seitengeschneidet. Ja, jetzt kann ich die Kiste nicht aufmachen. Falk, ob ich nur Rhyven kommen. Und hier, es gibt gar keine Sohn. Ja, pass auf, hinter mir. Pass auf, hinter mir. Habt ihr schon. Kevin, ich komm, ich komm, komm. Wir hätten auch... Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Alter. Ich brauche unbedingt... Nein, Mann. Karl! Bro, ich habe wirklich keine Waffen. Hab die Gordon. Brr. Die geben mir was Geiles. Raygun. Oh, Achtung. Es kommt, es kommt Viehschwelle. Fettes Gewehr. Fettes Gewehr. Das ist gut. Viehschwelle. Einfach in die Skywatch. Ah, nee. Das sind die Rolldinger. Oh, hier ist cooler Munition. Oh, Pogchamp. Okay. Das hier, das wir oben senten, die einfach da unten sind. Ach, das sind jetzt... Ja, ey. Ich glaube, wir sollten uns für den Motor stellen, oder? Ist das smart? Ja. Ich guck, hinter uns. Jo. Achtung, Achtung, Achtung. Schön. Okay, Waffe ist unten wieder auf. Ich habe 5.000. Was ist das denn? Denn die weiß, was es ist? Maximale Munition? Maximale Munition. Was sagt man dazu? Gratis Munition? Oh, nice. Munition, Fock. Ähm, ey, wir müssen... Also, ich muss mir auf jeden Fall noch alle Perks holen. Ja, ich muss da auch auf jeden Fall noch mal alle holen. Wer ist denn der 5K-Guy, Karl? Ich. Kannst du ein paar Zombies übrig lassen, wenn es irgendwie möglich ist? Ey, ja, klar, 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 klar. Seid einfach nur Renten, die von mich. Ey, es wäre so geil, wenn wir Level 20 schaffen. Ich brauche noch eine andere Waffe. Es geht weiter, es geht weiter. Achtung, Insta-Kill. Nice. Ist das bei Insta-Kill, wenn man kann, Snipen immer noch praktischer auf dem Level schon? Ja, ja, Knife ist immer Insta-Kill. Also, Knife bekommen wir am meisten Punkt. Deswegen eigentlich immer, wenn Insta-Kill ist, so half die wie möglich ausnutzen und immer aufs Snipen geht. Oh, nice, 3K jetzt schon, sick. Ja. Kannst du gleich schon mal Drago holen? Achso, soll ich die Zombies übrig lassen für euch? Oh, ne, Dick, halt, ob jetzt genau Insta-Kill vorbei ist. Ne, oh mein Gott, ich werde sterben. Ja, das hat's. Ey, ne, oh mein Gott, ich bin so fisch. 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 Bro, da kommen die ganze Zeit zu 3, Zauber ist auch immer, kommt 15. Monte, spüle mit Vagina, äh, Regina. Hahaha. 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 Kann doch mal die Regina anrufen, Marcel, wenn du willst. Ey, maaaann, Dicker, ey, ich hab einfach 6K-Money weggeblockt, Alter. Kevin, merkst du dir ein Tobi immer als allererstes Jugger? Jugger ist wirklich the first point to go. Ne, Jugger hatte ich ja, ich hatte ja schon einen Jugger. Achso, ja, okay. Ey, kannst du mich, kannst du mich eskortieren zu Jugger? Yo, kann ich machen. Ich hab selber noch keinen Jugger, aber sollte man es schaffen. Kevin, lass mich ja mal vorrennen. Aber du hast auch keinen Jugger, okay. Ne, ne, lass mich ja mal vorrennen, auf Nummer sicher. Ne, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Kevin, dann stay erstmal weg. Alter, der ist so komisch auf Peek, der ist so komisch auf Peek, genau. Meine Maus-Tance hat sich auf einmal zurückgesetzt. Hä? Deine was? Kevin, renn, 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 renn. Meine Maus-Tance. Oh Gott, ich konnte dich nicht decken. Ne, das war's, wir werden es blauen. Kyle, bitte kannst du dich, ich versuche irgendwie, ich bin auch genug. Kyle, du musst uns jetzt holen, du musst uns jetzt holen. Du kannst das saveen sein. Oh mein Gott, New, let go! Okay, Bro, vielleicht kannst du schnell retten. Komm schnell her, rett Danny, rett Danny. Oder mich, oder mich, ist es egal. Achtung, ich mach. Ich mach Danny, ich mach Danny. Ich ja, okay. Was ist mit meiner Maus-Tance? Auf die Jugger, auf die Jugger. Okay, komm. Du weißt, der Action-Way. Lauf du einfach, lauf du einfach, lauf du einfach her und schau vor. Mach noch mehr und schau vor dich. Ey, wir sollten die Dinger auch machen. Ja, auch doch. Oh Gott, der hätte ich nicht hoffen, dass wir können. Man hätte jetzt, er hätte die Jugger. Oh, gut. Auf mich wird geschossen. Der Waffe, ja. Manowork? Oh, die, 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 die nicht? Ja. Ich würde gerne pack a punch. Oh, man, oh, Dick. Peg in the Punch. Fick mich, Alter, Danny, fick mich. Okay, Nick, noch ein Minus drehen. Kann mich jemand entdecken von euch? Ja. Warum? Ja, warum musst du Maus einstellen? Äh, Maus-Tance ist richtig low auf einmal. Ja, mal. Jetzt. Der letzte ist der letzte Kevin. Okay, nochmal. Oh, sorry. BRM, oder wie die heißen, saven sollen. Und die Coole wegschmeißen. Oh, sorry. Das war der letzte. Lass du Jugger, Lass du Jugger, Lass du Jugger, Kevin. Wo ist Jugger, wo, äh... Bei der roten Flasche am Spawn, direkt am Spawn. Okay, okay. Kevin, schau einfach nur geradeaus und schieße. Und achte nur auf dein Vorfeld. Und ich auf dein Hinterfeld. Ja, okay. Oh, Boss-Fall. Oh, nein, Boss. Bringt ein Kick, Lass. Oh, 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 ich verstehe. Ja, ja, renn du einfach weg. Komplett von vorne rein. Boah, da siehst du Schmarin hier einfach krank, Dicker. Nee, nee. Mach deinen Mut auf, Idiot. Nee, das war's. Oh, nein, das war's, wir werden's verkangen. Oh, mein Gott, wir werden's verkangen, Männer. Ich bin raus aus dem Ecke gekommen. Okay, ich kann Action-Up-Tayven. Oh, Gott, wir schafft es mir noch. Achtung. Ich will so den Boss, ich versuche den Boss irgendwie anzuschießen. Der Boss hat mich one-hit genommen. Oh, Jungs, das ist echt cool. Hab ihn. Wie viele hast du noch? Fahrer, komm, noch krieg, kommst du dir gelaufen, ne? Okay, du musst dich jetzt salven, Dicker. Verliere ich auch meine Waffen, wenn ich komplett tot bin? Ja. Ach du, Scheiße. Ach du, ich bin fast down. Ja, das war's. Ich bin fast down. Ich kann einfach erstmal rennen, einfach erstmal rennen. Du kannst einfach mal rennen, einfach erstmal rennen. Du kannst einfach mal rennen, bis du nicht mehr rot bist. Du bist nicht mehr rot, bis dann kannst du umdrehen und schießen. Und jetzt hast du wieder umdrehen und schießen. Oh, Gott, good fucking luck, bro. Recht, guck mal mal welche. Das ist ein Sackgasse. Oh, mein Gott, gut gesehen, gut gesehen. Du kannst ja auch jedes Ecke aus Leiden zum Wittchen von Kalk. Das ist dein Moment, Alter. Das ist dein persönlicher Gaming-König. Wer ist der König ist in der Netz-Chatbox, wer ist es? Nice, let's go. Noch einer. Digga, du kannst du nicht fucking cross. Ja. Im Internet, dein Gott. Wer bestimmt die Rösser? Ken Texte. Das ist ein Hintergrund. Und einfach nie machte man da. Oh mein Gott, bockchemticka. Dein Karl, Karl, Karli! Einfach rennen und slide, wenn du kannst. Du kannst komm nicht drin. Weil wenn du rennst, und unten kommt noch welche aus dem Wasser. Fadier ist der Kaste eine Stille, also nicht so gut gewesen. Na, wohl das denn sagt. Nice, schön, schön, schön. Das war kein Glück. Noch meinst du, okay? Oh mein Gott, Popchamp, Alter. Ich glaub, Kahn schafft es. Okay, Danny, wir müssen uns dann irgendwie... Kann Kahn uns die Kiste aufkaufen? Nee, nee, Kahn kann es mir keine Kiste kaufen. Trinken wir auch hier. Dass du eine Kiste aufkaufst, die nice, dann kann dein Freund die Waffe nehmen. Hab es! We're back, we're back. Hab es! Kevin, da oben ist eine Waffe. Da oben ist die Kahn fehlt. Ich bin aber auf die Waffe. Ich hab dich auch resettet. Ja, 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 die Sente ist verbuggt. Das musst du wieder ändern. Kahl, du musst jetzt deffen, ne? Das weißt du. I guess, ja. Ich geh zu euch, ne? Ist VMP eine gute Waffe, das war ich? Ja, VMP ist gut. Ich brauche immer Multiplayer, ganz geil. Oh mein Gott. Kahl, du musst noch bei uns trainen. Oh Gott, ich bin überall. Kevin, geh einfach rum. Kevin, geh einfach rum. Kevin, geh einfach rum. Oh Gott, nee. Ich bin tot, ja. Wir hatten halt tot. Das war's. Zu viel. Einfach zu viel. Einfach zu viel. Wir sind fucking chill. Einfach zu viel. Wir haben nicht mal Level 20 geschafft. Anderes Game. Anderes Game. Ja, exakt so wie es ist. Wir sollten das Horror Game reingehen. Ja, anderes Game. Wir können uns weiter besser erschrecken als fucking Dings zu spielen. Ja, Jodi. Hi, dann do you thing, Dudes. Hi, Denny. Danke fürs Mitspielen. Wir haben dich lieb. Wie wahrscheinlich will ich auch. Ich wünsche euch auch. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Was war das? Digga, Denny ist einfach real life voll. Was meinst du? Denny ist einfach immer voll. So IRL voll einfach. Okay, Jungs, wir hören uns. Hallo, Peter Pan. Bis bald. Das war das Likedown. Ciao, ciao. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Viel Spaß. Boop.